Willkommen zu einer weiteren Partie Ich schau mal ganz kurz Genau, wir werden Wie immer das Viererbrett nehmen Wir hatten beim ersten Mal klassisch, beim zweiten Mal Fantasy Und wir werden jetzt Schlaraffenland oder Zoo Weil wir machen ja noch insgesamt zwei Folgen Einmal die heutige und einmal ein komplettes Spiel Wir spielen ja heute nur so ein paar Runden Deshalb würde ich sagen Wir bleiben im Uhrzeigersinn Klassisch, Fantasy Und jetzt kommt das Schlaraffenland So, mal beitreten Dann nehmen wir wieder Die Katze So, wir werden heute Ach komm, wir nehmen Torte Was seid ihr denn? Also hier gibt es ja Donut, Lolli, Eis und Torte Also ich muss persönlich zugeben Ich kann auch in der Winterzeit Eis essen Und hier Torte, Kuchen Und hier so Kaffeestückchen Kann ich auch immer essen So Lolli bin ich gar nicht so für Wir nehmen heute mal die Torte Ach genau, wir nehmen mal die Torte Wo ich glaube, wir hatten Rosa schon letztes Mal Aber ich bin mir nicht sicher Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut Gesundheit ist immer das Wichtigste Und Ein sehr schönes Brett, muss ich sagen Jetzt bekomme ich langsam Hunger auf was Süßem So, jetzt werden wir erstmal würfeln Wer Anfängt Also mit ne 6 Würde ich sagen Sind wir Gar nicht so gut dabei Wir würfeln natürlich ne 1 Wie es immer so ist Ich glaube Wir haben bisher immer An dritter oder vierter Stelle angefangen Also irgendwie Ähm War es das immer dasselbe Äh bei den Bei allen drei Spielrunden Und wir haben immer Äh drei bis vier Runden gebraucht Um Anschließend Äh mit einer Figur Äh Das Brett betreten zu dürfen Mal sehen wie es heute ist Und direkt beim ersten Mal Ach guck was Wie für ein schönes Spiel Äh Spielfigur haben Wir haben kleine Kuchen Das ist ja niedlich Nur schade, dass man die Kuchen Nicht so ganz gut sieht Weil ja das Spielbrett In einer ähnlichen Farbe ist Aber ich muss sagen Die Spielfiguren Ähm Gefallen mir bisher Wirklich am besten Irgendwie So Wir sind mal gespannt Äh denn Nach jeder Runde Sollen ja Die Spielbrette Angeblich wechseln Das habe ich aber nicht Darauf geachtet Ob das passiert ist Ja tatsächlich Oder nach jeder Runde Wir schauen mal Ne Vorhin haben die sich Wirklich Äh Verändert Von der Position her Dann müsste das ja immer Genau Also das heißt Dann müsste es immer Nach dem Äh Roten Spieler Also sprich Nach dem Links oben Spieler 4 Würfelt erneut Und muss die Gewürfelte Augenzahl Rückwärts gehen So und nach Seinem Wurf Oder nach seinem Zug Müssten sich die Ereignisfelder Verschieben Genau Weg sind sie Und da sind sie wieder Und die Schon aufgedeckt waren Die bleiben wieder zu Also das ist ja Äh Eigentlich viel Viel spannender Finde ich So eine 6 Wir dürfen wieder raus Und Nein Dafür dürfen wir Nicht so Weit ziehen Also ich denke mal Wenn wir das Das komplette Spiel Mal Spielen Dann werden wir auch Ähm Ich denke mal Diesen Spielmodi Spielen Weil Da ist ja ein bisschen Mehr Pepp und Bewegung Drin Würde ich jetzt mal so sagen So Spiel Ereignisfelder Äh Haben sich wieder Verändert So Nun sind wir dran Und wieder eine 6 Und eine 1 Ich würde sagen Wir gehen Einfach aufs Ereignisfeld Auch wenn ich Ach wollte ich gar nicht Inschade Das habe ich verklickt Weil eigentlich War mir das egal Wenn er jetzt eine 6 Gewürfelt hätte Was auch so gewesen wäre Der hätte uns Ähm Vom Brett Gefegt Aber das wäre mir egal gewesen Ich wollte das Ereignisfeld Sehen So Spieler 4 darf eine Gegnerische Spielfigur Zurück in den Startbereich Und erstellen Und erstellt das Eis Obwohl es von der Sache Ja Sinnig gewesen wäre Wenn er einen von Meinen Figuren Reingestellt hätte Aber wir haben derzeit Die meisten Figuren auf dem Spielfeld So Spieler 1 Darf Nochmals Würfeln So Und jetzt Wird wieder die Ereignisfelder Verschoben So Mal schauen Ob das Eis Rauskommen darf Nein Darf es nicht Jetzt sind wir Wieder dran Und eine 4 Ach jetzt muss ich den nehmen Genau Ich muss ja meinen Startbereich Mein Anfangsbereich Ja frei machen Obwohl ich immer Dachte So haben wir das Immer gespielt Wenn jetzt Ich sag mal Vor mir ist Meine eigene Figur Und ich hab eine 1 Gewürfelt Weil es meine eigene Figur ist Haben wir damals Immer Oh Strafbank Spieler 1 Muss die nächste Runde Aussetzen Dann haben wir Immer so gespielt Dass die selben Also die Figuren Von dem selben Team Auf dem selben Feld sein dürfen Das weiß ich aber nicht Ob das so Regelkonform war Oder ob das Unsere eigene Regel war Weil das finde ich Immer das Interessante Egal welches Kartenspiel Zum Beispiel Man spielt Oder solche Brettspiele Irgendwie hat jeder Doch Andere Regeln So Leider Kriege ich kein Ereignisfeld Ne Nehmen wir den Einfach Ich wollte ja versuchen Ich wollte ja versuchen Dann auf ein Ereignisfeld Zu landen So Der schickt uns Nach Hause Das hatte ich mir Schon fast gedacht So Und damit Verändern sich Wieder die Ereignisfelder So wir werden Jetzt noch diese Eine Runde Zu Ende Spielen Mal sehen Ob wir noch Ein Ereignisfeld Irgendwie Bekommen können Ne Wir leider nicht Wir leider nicht Schade Gucken ob Spieler 4 Noch auf ein Ereignisfeld kommt Nein Und Jetzt ist Spieler 1 Spieler 1 Darf rauskommen So Wenn wir jetzt Gleich an der Reihe sind Dann Schauen wir mal Und dann Muss ich sagen Dass mir dieser Modi Auch am Besten Gefällt Hier Aber Es scheint Ja Äh Aber ich muss Den Startbereich Freimachen Weil ich ja Einen drin habe Sonst hätte ich Nämlich mit dem Ein Auf ein Ereignisfeld Kommen können Nicht schade Ähm Aber ich Find eigentlich Das Spiel Mensch ärgere dich Nicht Offer Switch Augenscheinlich Ist es ja auch Wirklich gut Am Ersten An der ersten Folge Hatten wir auch Ein Bug gehabt Da muss man Das Spiel Neu starten Ich find es Ein bisschen Unglücklich Dass man hier Nicht zwischenspeichern Kann Ähm Weil bei Dem Spiel Monopoly Kann man es ja auch Aber ich denke Ähm Beim nächsten Mal Werde ich versuchen Dieses Spielbrett Äh Werde ich versuchen Jemanden an meiner Seite zu bekommen Dass wir das Vielleicht dann Gemeinsam spielen können Ne Wir können leider Kein Ereignisfeld kriegen Und damit Werde ich die heutige Aufnahme Beenden Ich bedanke mich Fürs Zusehen Euer MyGamingWorld81 Ich wünsche dir der 色 humans Hur ivas Lu